Die Vollgeldinitiative kann von der Schweiz nicht im Alleingang eingeführt werden. Richtig ist, die Schweiz hat bereits Vollgeld. Nicht nur das Bargeld ist Vollgeld, sondern auch die Banken untereinander verwenden Vollgeld, das heißt elektronisches Geld der Nationalbank. Auch das Geld, mit dem unsere Nationalbank Devisen kauft, ist bereits heute Vollgeld. Durch die Vollgeldinitiative ändert sich hier überhaupt nichts. Da sich am heute üblichen Devisenhandel nichts ändert, würden ausländische Geschäftspartner gar nicht bemerken, wenn die Schweiz auf Vollgeld umstellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017